Das Zeitalter Atlantis trägt eine besondere Kraft und es trägt auch eine besondere Anziehungskraft und vielleicht spürst du, wenn dieses Wort Atlantis dich erreicht, eine Reaktion in deinem Herzen, eine Anziehungskraft, dann hast du sicher in diesem Zeitalter gelebt und viele, viele Inkarnationen stehen dir zur Verfügung, in welche du eintauchen kannst, um dich zu erinnern, wie es damals war. So lade ich dich jetzt ein zu einer Reise in eine Inkarnation in Atlantis. Ich rufe dazu die Energie von Todt und schon manifestiert sich das Feuer des Kriegerlichtes von Todt in diesem Raum. Todt richtet das Wort an dich. Sei gegrüßt, du hohes Licht. Sei gegrüßt, Lichtarbeiter der neuen Zeit. Ich habe deinen Ruf vernommen und ich bin bereit. Ich werde dich begleiten zu einer deiner schönsten Inkarnationen in Atlantis. zu einer deiner wichtigsten Inkarnationen, welche gerade in diesem Moment wichtig für dich ist. Und so kann es sein, dass du beim Wiederholen dieser Meditation andere Bilder empfängst als jetzt. Dies ist alles richtig und gut. Vertraue auf das, was sich dir zeigt, denn es ist deine Wahrheit, deine Erfahrung, deine Liebe und dein Licht. Und so führe ich dich, wenn du einverstanden bist, zu einer großen Pyramide. Lasse dich von deinen inneren Helfern führen. Sie tun dies voller Achtsamkeit und Liebe für dich. Mit einem Atemzug stehst du vor dieser Pyramide. Du erkennst die Säulen, du erkennst die Steinfiguren, all das hast du schon einmal erlebt, was sich dir jetzt zeigt. Schau dich um. Wie sieht die Umgebung aus? Wie sieht der Sand aus? Und betrachte dich, welche Kleidung trägst du? Schaue an dir hinab, welche Sandalen du trägst, wie sie gebunden sind. Und ob du einen Schild und einen Speer oder eine Tafel trägst, was auch immer es ist. Es ist dein eigenes Wissen, dein eigenes Leben. Und nun gehe zu der Pyramide. Gehe die Stufen hinauf zu dem Eingang und lasse dich von deinen inneren Helfern führen. Sie werden dich durch verschiedene Räume führen, aber sie werden dich zu diesem einen Raum führen, welcher wichtig für dich ist. Und so lasse ich dir nun ein wenig Zeit, damit du all das, was geschieht, ganz tief in dir aufnehmen kannst. Pho? Puh, Puh! Puh, Puh! Puh, Puh! Puh, Puh, Puh! Puh, 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 Puh! Puh, Puh! Wir sind wichtig als obazie perfectet. Untertitelung des ZDF, 2020 Betrachte die Gegenstände in diesem Raum. Vielleicht kannst du dich erinnern, was sie für dich bedeuten. Lasse sie auf dich wirken. Und verbinde dich mit ihnen. Wertvolle Informationen darfst du abrufen. Und alles, was du wahrnimmst, ist richtig und wichtig für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und nach einer Weile, wenn du alle Bilder erhalten hast, führen dich deine inneren Helfer wieder zurück. Durch die Gänge der Pyramide bis zum Ausgang. Und du siehst das helle Strahlen der Sonne, spürst die Wärme und die Hitze. Dann betrachtest du noch einmal dein Gewand, um zu sehen, ob sich etwas verändert hat. Ich reiche dir einen Becher voller Wasser. Trinke dieses Wasser. Es ist das Wasser der Erinnerung an das, was wichtig für dich ist. Und spüre, wie dieses Wasser durch deine Kehle rennt. Wie du dadurch kräftig wirst. Und nun voller Kraft den Weg wieder zurück in das Hier und Jetzt unternimmst. Deine inneren Helfer begleiten dich und ich dort verabschiede mich von dir. Ich bedanke mich voller Liebe für dein Vertrauen, denn ich weiß, dass diese Reise wichtig für dich ist. Und du kommst in deinem eigenen Tempo, so wie es sich gut und richtig anfühlt, langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück.